Oh, bitte, nein! So viele straighte Linien! Seitdem ich hier letzte war, wurden die Linien sicher viel mehr organisiert. Und schrecklich! Das kriegen wir vielleicht zu hin. Nö. Da bleiben. Dich holen wir dann auch noch. Wie soll das jetzt funktionieren? Da muss ich dann hier mit... Oh, Mann. Okay. Können wir hier was drehen. Oh, das ist ein Ding. Das ist noch hier. Jetzt bricht das natürlich an der anderen Seite. Nein, 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 nein. Schaut das doch in die andere Richtung an. Nein. Genau eben nicht. So. Und jetzt hier nochmal. Und dann können wir auch... Ich will es mal ein Stück drücken. Ich will es mal ein Stück drücken. Okay, hier. Ich will es mal ein Stück drücken. Und das ist ja gut. Okay. Und wie soll das was werden? Hm. Ok, jetzt haben wir hier die Bahn frei, müssen wir das noch mal da rüber ziehen und dann nicht so stinken, weil wir dann noch die Kiste für Das ist ja zum Kotzen. Dann die da runter und dann bauen die andere Piste hier. Das ist ja zum Speilen. 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 Schön, dass die Box jetzt genau dort steht, wo sie dahin muss. Jetzt können wir ja ein bisschen verschieben. Das sind hier Wege, Laufwege, die hier gemacht werden müssen. Dann muss man die Box hier hin. Dann muss man die Box. Jetzt haben wir eine Lösung für das Problem. So, dann schiebe ich dich da mal wieder rüber. Dann machen wir den Wahnsinn mit der Ruhr dort nochmal. Das Unmütige, Laufwege jetzt hier. Das ist halt echt manchmal. Das ist sehr unnötig, Laufwege. Jetzt haben wir das zumindest ein bisschen abgekürzt. Jetzt haben wir das letzte Zahnrad. Ich hoffe, dann kommen wir nicht noch mehr Rätsel. Das ist so wundervoll. Na endlich. Das ist so wundervoll. Ah, da ist meine最後ige Figurin, du Brutes! Alles klar, Zeit um nach oben, buddy! Du wirst, wir haben einen Spindern, die zu spüren. Oh, das war sicher ein langer Weg, aber hier sind wir, die Locktower. Der ist ja schnell genug. Oh nein, ein Rätsel hier. Fantastisch. Neue. Einfach neue. Ja. Ja. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Ich hab's mal lebe. Ich hab's mal lebe. Warte, das muss der letzte an sein, das fliehen wir auch hin. Ah, toll, Eingriff, mach es unnötig konzentriert und kompliziert. Das Kumpelskampf wird natürlich dann auch noch mal ein bisschen konzentriert. Ich bin aus der letzte Bühne, das ist das jetzt so in der Bühne. So, wir lassen uns das zu Ende bringen. Sehr schön. Jetzt hat es so wahrscheinlich wieder tausend Spinnen. Spinnen! 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 Das ist ja ganz entspannt, oder was? Was ist deren Taktik? Ich habe mich immer zu gestoppt. Okay, verdammt. Okay, die kleinen Spinnen sind gar nicht mal so schlimm. Schon schlimm, aber nicht so schlimm. Jetzt kommt noch so eine große hin, die ich nicht treffen kann. Ja, toll. Hier muss ich glaube ich hin. Ja, das ist ja schön. Oh wei. So wie der Mavel da. Oha. Da freue ich mich ja schon auf den Endloskampf, dass jetzt hier schon sowas wird. Oh mein. Lieber Scholli. Hier muss sie hingelockt werden. Ja, sehr schön. Jetzt ist das zurück. Ach so. Hier oben muss sie was machen. Oder nicht. Ah, sehr schön. Zerknetscht. Oh, Death. Wrapp mich in dein warmes Licht. Und lasse mein Gehirn auf die Pläne der Eternität. Alle diese Momenten werden in Zeit gehalten. Wie ein Flieger in einem Web. Oh, Leid. Oh, Leid. Oh, Leid. Oh, Leid. Oh, Leid. Oh, Leid. Und da mal ne Maske. Der zweite. Hole die Spendenmaske. Unterwegs. Ein anderer Nachtmärmärm, die die Schmerzen beitzt. Du bist richtig. Just wie in den alten Tagen, Junge. Jetzt, lasst uns diese Maske zurück zum Garten. Ich höre dich. Endlich. Jetzt haben wir hier einen Bereich gemacht. Jetzt müsste der nächste Bereich durch das Portal nach oben sein. Wenn das ein ganz großer Bereich ist, und dann nicht. Und nicht nur ein großer Bosskampf, dann mache ich das beim nächsten Mal. Und dann in einem anderen Stream. Wenn das nur ein Bosskampf ist, ein finaler Bosskampf, dann gucken wir uns den vielleicht nochmal an. Und dann schauen wir ihn heute noch. Hängt es ganz davon ab? Ob du jetzt noch ein dritter Bereich kommt? Hinter dem Portal? Mal gut drauf. Hängt das jetzt mal was für uns? year ripped! Um auch noch mal will. Oh ach, ne new ihr der Krass! Ja, Maier? Das war ich mit einer Krass. Oh. Jetzt benutzen die Maske bevor sich auch zu Zeit19 l lic K possible! died in der Krassverbeugse. Ich versuche ihn durch Olppen. hehehe. E Drumれ, Con self prophylenst du mal. Und dann ?" Ich weiß, was deine Familie hat. Und rein mit uns. Oh, zwei Flaschen. Die kann man wohl nur als Flasche durch. Sieht mir fast in einem neuen Bereich aus, aber ich schau mich kurz noch um. Die Angst. Das ist etwas zu verlieren. Jetzt haben wir ja sehr gut geschafft. Und gerade hier kommen wir. Das waren Spitzen. So, wo müssen wir lang? Da runter scheinbar. Ah, da ist eine Maschine zu machen. Das Zeug dreht sich um. Wir kommen jetzt hier rüber. Ach so, hier müssen wir lang. Oh weia. Zwischen Stopp und weiter hier. Ein kleiner Stift. Hey, schau! Ein Haus! Ah, D-D, D-D. alle auf einmal besiegt jetzt muss ich mal einen haben ok Okay. Metal. Amen.